Fröhliche Weihnachten und damit herzlich willkommen zur weiteren Runde des Backups The Line. Äh, heute ist Weihnachten und ich wünsche euch allen ein frohes Fest und fröhliche Weihnachten und das, was man sich halt sonst auch so alles wünscht. Muss nachladen! Und, äh, muss nachladen. Und hier ist noch Granaten, nehme ich gleich noch mit. Ich glaube, ich habe da unten beendet, habe jetzt aber hier umgestellt, damit ich nicht wieder was auslöse. Dann hier wieder die Kugeln um die Ohren fliegen, dass ich in Ruhe starten konnte. Wobei, okay, ah ne, guck mal hier. Wird schon mal umgeballert. So, wir nehmen Falkkontakt, wo sind die? Über dir! Und was über mir? Und bei mir ist ne Decke. Schnell, wir sind schwer unter Beschuss! Ja, äh, ich muss mich erstmal wieder fangen. Oh, oh, oh. Ich muss mich erstmal wieder fangen. Ich habe jetzt seit zwei Tagen schon gezockt. Äh, und bin am Anfang erstmal tot. Ach, genau, das war ja das Spiel. Scheiße, ich bin noch in Call of Duty gewöhnt. Da kann man nicht einfach so frei aufs Feld rumrennen. Äh, ja, auf jeden Fall fröhliche Weihnachten. Ich weiß nicht, ich finde das jetzt nie so spannend. Auch wenn ich Weihnachten feiere, ich finde es trotzdem nie so spannend. Was ich aber geil finde, ist, dass ich bald ein neues Mikrofon haben werde, und zwar ein Standmikrofon. Und ich nehme mir gerade mit meinem geilen Headset auf. Das ist auch schon im Prinzip völlig, äh, reicht für gute Aufnahmen. Finde ich zumindest. Aber ich will mein Standmikrofon holen, weil das einfach irgendwie, da fühlt man sich ein bisschen freier. Weil ich mein Headset mache, weiß ich nicht, vielleicht verlose ich es irgendwann mal. Aber nicht jetzt. Ja, so, alles normal machen. Scheiße, findeschön. Dann bleib ich jetzt zur OMP wechseln. Jetzt hier mal in Deckung gehen. Ja, einmal. So, hier. Arsch, geh weg. So, geh noch. Tango erledigt! Naja, Tango erledigt. Deine Mutter ist auch erledigt. So, dann müssen wir hin. Auch geil hier, kann ich sprengen. Werferhaftgranate! So, komm, geh mal in die Luft. Nö, haben wir sehr viel gebaut. Ich meine, jetzt alles kaputt. Aber hauptsache, dass ich da so stehe. Sonst wissen die anderen doch gleich, wo du bist. Ich meine... Haltet sie mir kurz vor Leib! Das willst du gar nicht. Alter, was soll das denn? Ich will gerade ein bisschen Action zeigen. Und der Sandler, der mit mir angekommen hat, hat wahrscheinlich so viel Angst, dass sein Herz einen Fakt bekommen hat. Einen Fakt. Okay. So, ja, schön. Ja, richtig fehl ich die Runde. Mal gucken, vielleicht mache ich die Folge auch heute ein bisschen länger, wegen Weihnachten. Ich habe auch keinen Special oder sowas gemacht. Zumindest erwähne ich sie vor. Vielleicht kommen noch später ein Video, wo ich... wo ich einem nochmal separat fröhliche Weihnachten wünsche. Eher nicht. Alter, weiß nicht. Wie gesagt, ich finde es nicht so toll. Jetzt bin ich wieder hier, Mann. Alter, wieso fällt ich eigentlich immer so oft? Wieso hole ich eigentlich immer die Müllchen für die Schruf, wenn sie nicht für die UMP? Wieso kann ich sie nicht weg? Auch so genau mit E-G-I-N-Z, ja. Schau, jetzt schieße ich sie auch gleich hinten drauf. Haltet euch, ich bin dran! So, komm, geh mal alle weg hier, ey. Hö, ich muss überleben. Ach, ich will halt rüber. Alter, ich will halt rüber. Geht doch. Lade nach, haltet sie mir vom Leib. Ich würde auf meiner Position bleiben. Sonst wissen die anderen doch gleich, wo du bist. Ich will... Ich will... Ich will... Das... Das willst du doch nicht. Lass die anderen wissen, wo du bist! So, Headshot, Headshot. Hehehe, hättest du nicht von mir gedacht, was? Ja, der schläft hier mal. Bring ihn auf die Beine! Ach, guck mal hier. So, kann ich die anderen hier mal aufs Mittelfeld fällig machen. Ich möchte aber eigentlich ganz gerne hier mal zu dürfen. Ja, ist ja gut, ich brauche Munition, man. Mein Gott. Der berührende Mensch, orsame Musik. Ach, guck mal, hier ist ja auch noch ein Feind. Oh, da fand ich sie noch nicht. Danke, Mann. Ich glaub, das waren alle. Kein Problem. Da kommen noch mehr. Alter, fickt euch. Mann, hört das endlich auf! Oh, ihr Jungs, gehör. Ich könnte ja mal hier das Geschütz verwenden, wenn ich schlau wäre. Aber es geschieht euch recht. Ja, und ihr kennt das Ding. Wir werden hier mal antworten. Wie wäre es mit dem Plan, verdammt? Ja, doch, und jetzt hier den. Was ist das? Alter. Ach so, ja, Entschuldigung, meine Herren. Römer, wir sitzen fest. Das geht schon. Walker, mach unter uns, klar, Schiff. Wir seien uns ab. Alter, ich bin jetzt noch. Tango erledigt. Erwärt sich was. So, hier noch. Neue Rambo-Action. Wow, 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 wow. Ach so, nein, das ist ein, das ist verdammt. So, hier, hier. Ja. Äh, äh, wo ist sonst noch jemand? Ach, naja. Ich habe den Kopf weggeballert. So, sonst ist hier nichts mehr. Äh. Mit geile englische Musik. Ja, wo die englische Musik war. Geile Musik auf jeden Fall. Oh, guck mal, hier sind noch Feine, die irgendwie nichts machen. Unterwegs. Frag Bewegung. So, hier noch. Ich muss mich verschieben. Nö, es sah gerade unnüter aus. Okay. So, hier, wegballern, wegballern. Äh, auch wegballern. Ja, 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 ja. Dein Team ist tot, oh, Mann. Entschuldigung. Du kriegst dich wieder gegen die Deckung, um mit dem Präzisionsgewehr besser ziehen zu können. Alles klar. Den Tipp brauche ich auch. Nicht. So, hier wieder der schöne, alter, alter, der Raum war auch so kackhände, der, boah, alter. Ja. Hallo, lieber Krankenwagen. Ja, wann hat das endlich auf? Oh, hier ist so ein Schütz. Ach, kann man ja schon alles. So, ich will es auswählen. Bäm. Lol. Ähm. Alter, 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 Alter. Wir setzen fest. Das geht schon. Rauke, mach unter uns klar, Schiff. Wir seien uns ab. Falt, bewegt sich. Erkomme, mach unter euch klar, Schiff. Wenn ihr das nennen wollt. Ich denke, okay. Das ist unsere Schütze. Wenn ich auch wüsste, wo die sich abseilen würden, dann würde es auf jeden Fall einiges... Läufer schießen hier. Wir meinten hier, Feuerwerk machen zu müssen. Achtung, Schrotflänkenschütze. Rauke, hier ist eine Unentenkung. Ja, das ist aber gar nicht hier. Ich rötte euch. So, ich glaube, sonst ist es keiner mehr. Okay, hier kommen noch welche unterbauen. Alter, das ist... Alter, wo kommen überhaupt alle? Oh, Alter. Ja, 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 ich helfe euch ja schon. Guck mal, hier sind noch welche. Äh, so. Alter, ey. Schwerer Trooper ist dauernd drauf, verdammt mein Geschiss aber auch. Alter, wollt ihr mich verarschen? Alter. Mist, abgeschlossen. Wir brauchen das, um sie zu sprengen. Vielleicht eins von den RPGs? Das sollte funktionieren. Walker, gib mir Feuerschutz. Ja, okay, alles, glaube ich, hat so ein Schmerzen gemacht. Tür ist offen. Los rein. Walker, halt jetzt vom Leib. Hit, klar. Boah. Winter, halt. Vorsicht. Wir müssen hier raus. So, um hier noch zwei, die meinen, was umbringen zu wollen. Oder meine Kollegen, ja. Achso. Oh, go. Ah, das ist ein bisschen wie Lemminger, finde ich es. Ja, ich nicht, aber... Oh, fuck. Scheiße. Man, da labere ich hier so ein bisschen was über Lemminger. Das hat aber meine TVs abgekillt. Abgekillt. Abgeschossen. Oh, bitte nicht alles nochmal von vorne. Ah, da, 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 da. Da, ladescreen, ja, ladescreen. Der ist auch so schön, ladescreen. Oh, oh, oh. Was ist das denn? Ach, ein Flugzeug. Ja, das ist ein Flugzeug. Oh, wir haben's gelegt hier. Ach, schön, ey. Krieg ich das eigentlich auch beobachten? Okay. Wir müssen hier die oberste Elter. äh ja das geht schon okay wenn ihr meint ich komme so ein bisschen mal weg kann ich nicht die Kugel zerstören ich kann auch hier wunderbar Deckung zerstören oder? ja, Quärbaugetränkeautomaten soll ich zerstören auch hier die Deckung geben ich gehe noch alles gut oh Gott, da oben sind aber schon mal zu viele aber auch die kriegen wir ganz leicht unter Kontrolle hier unten noch hier sind die Kollegen Soldaten oben, ja, ja, dann lauft mal hier so, komm oh verdammt, heute soll ich hier jetzt auch extrem gut Gegner befreien wow, 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 wow ja, sorry, wenn der nicht durchsteht ah, wie viel kommt denn hier noch alter okay, jetzt kommt noch von oben jemand was rpg, mal ich kriege die auch nicht ins Visieren wenn er rollt, dann bist du ein bisschen kacke guck mal hier, da okay, lauf, oh fuck hier, den, den ja, okay, jetzt ist hier noch so super wie die den nennen ist weg schnitt mal so, oh leih, jetzt auch noch mal einer ist auch weg ich weiß, jetzt ist mir ein bisschen für die so alter, immer dieses oh, das sollte funktionieren walker oh, das sollte funktionieren walker oh, fuck die rpg's man, ich bin ja immer so der typ der die aus der scheiße leitet ist da eh noch weg da ist noch jemand los, los ihr könnt vorwärts ja, die Tür in die Luft gemacht wow scheiße ah, ist ihm wirklich wieder hochgekommen ey man, ist mir behindert ja, geht mal aufs Dach und sagt nicht immer, dass ihr irgendwo hingeht guck mal, hier kann man auch noch vorschließen das ist voll gebracht äh wow ja, da kommen so ein paar aus der Deckung Leute, da oben ja ja scheiße äh, schwach auf dem Dach erledige ihn ab wieder ein alter so, wenn ich jetzt gerade echt ein bisschen leiser bin ach, du scheiße los noch mehr Gegner auf dem Dach ja, die Gegner sind weg die sind aber nicht alle in meinem Team also, ich kann schon zählen ach, da laufen ja, Moment, da ja mein Gott der Schütze im Team ich auch, zurück aber wo sind die denn? geh aus dem Weg Walker, mach oh, oh fuck ja, erst mal drücken ich soll das Walker ich sag doch, geh weg ja, sorry bist du okay? ja, ja nur keine Sorge was ist mit euch? ja gut er wurde schafft freigeschaltet Free Kings so, okay der Schütze hat mir nicht so gut gefallen egal los, los 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 die Waffe weg wird's bald los nicht schießen ich ergebe mich was ist hier los? da will einer nicht mehr Soldat spielen wie ist ihr Name? Staff Sergeant Josh Forbes Dienstnummer 658 sie sind kein Kriegsgefangener was mich betrifft noch nicht mal Soldat sie können nicht ich kann machen, was ich will also das Arschloch im Radio von wo sendet dieser Mann? vergesst es der wird beschützt den kriegt ihr nie unser Problem nicht ihres von da oben in Trans Emirates Building Lugo wenn wir's da hinschaffen kannst du den Sender bedienen? eine Massenevakuierung? sofort wird nichts zu evakuieren geben wie bitte? denken Sie nach Captain wir sind hier in der Wüste was glauben Sie wie lange die Leute ohne Wasser überleben? mein Gott der Colonel wollte einzig und allein Menschenleben retten denkt immer da machen wir wenn er uns mal wieder killen wir zwei geht die Zeit aus Gentlemen los geht's ja wir müssen jetzt hier zu einem Sinnemasten um die Bevölkerung zu zu warnen und auffordern die Stadt zu verlassen ja aber ob wir es schaffen ist noch fraglich der hat keinen Nachfolger wir klauen ihm sein Mikro drei wie wir gegen den Fettarsch mit dem iPod das macht mir keine Angst man muss mit allem rechnen Adams anpassen und gewinnen man hey alles was nötig ist hallo wohin jetzt logo nach Norden über die Dächer dürfte der direkte Weg sein klingt gut ok äh ja Kapitel 12 die Dächer ja ok kann ich mal was reden so ich mach kurz ein Soundcheck und dann bin ich gleich wieder da ja mal gehen wir mal auf um zu reden toll das hat uns noch gefehlt ich mach einfach kurz ein Soundcheck bis gleich bleibst du in der Übung so ist ok ich hab nur ein bisschen Angst dass die Dialoge etwas zu leise sind aber es ist alles im grünen Bereich zum Funkturm höchstwahrscheinlich Verstärkung toll das hat uns noch gefehlt hey sei doch dankbar so bleibst du in der Übung ja Verstärkung 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 ist auch richtig geil nein wir haben ja nicht schon so viele Gegner ausgeschaltet ist hier irgendwie noch Munition oder sowas vielleicht bräuchte ich eigentlich mal wieder ja wobei es nicht dringend aber ne hm und wir schrubfen vorher ein bisschen was scharf nach seid vorsichtig was gibt's und ich hab mal über die Ducke äh in die Ducke in die Hocke ich zieh hier runter ja ich denk mal ich muss hier runter so mann bist du scheiße drauf heute ich brauch nicht hier ich brauch nicht hier ich brauch nicht hier ich brauch nicht hier das Gebäude lang über die Dächer wie das Loch heißt oder Dächer also kein Name wie das heißt aber das ist ein Dächer oh Leute gibt's hier noch eine Nachkampfattacke und weg so okay es gibt keinen Nachkampfattacke boom 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 boah das hat hier bereit einem schön flow gemacht so was ist hier ach mal hier ist Munition dann lade ich gleich mal meine Schrotze auf wie soll ich hier immer Schrotze das klingt ja voll scheiße so Sniper nehm ich mir bis jetzt noch nicht ähm ich weiß nämlich nicht und ich bin auch nicht so der Sniper Fan wie man in der vierten Folge oder so gesehen hat äh da hab ich ziemlich abgenoopt ja also Sniper bin ich einfach nicht gut deshalb mag ich Sniper nicht so muss ich überhaupt lang aus ich glaube ich hätte das Sneaky machen soll aber naja gut kann man so nichts machen schaffen es trotzdem oh Alter ich sag dir was kommt nicht sicher aber ich hab halt wow das ist doch dann hier weg ist extrem knapp geh rein verabschiedet verabschiedet Angriff Angriff lalala ach ach mach ich mir das ist nicht getauschend aber jetzt sind keine Gegner weil diese Musik ne die äh GEMA ist hier sehr willkommen nicht ja wo kann ich denn jetzt äh wo kann ich denn jetzt wo kann ich denn jetzt hier oben da war mir klar erledigt wow 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 so oh da ne der Slugo ach verdammt ich muss oh fuck ich bin grad vom Gegner voll scheiße äh aber man gewöhnt dir die Steuerung auch wenn ich hör wenn man so abgefuckt ist im Spiel man gewöhnt sich dran so den haben wir noch mal ein Headshot gegeben so wenn man auch immer hier im Basketballkorb steht ich geh mal hier nach vorne ich glaube ich ein bisschen besser ach komm nö jetzt hab ich nicht ernsthaft doch mann er hört sich was ja toll bringt mir aber nicht seitdem muss ich sie meine Schuhe finden nehmen toll ach komm ich bin ja alle gestorben oh ja oh ein Scharfschützengewehr ist kacke auch Scharfschützengewehr aber wo liegen hier denn ah ok jetzt hab ich wieder Muni wow 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 ich glaube ich wechsle mal dann doch hier mit dem Scharfschützengewehr alter fuck anstatt der Schrotflinte alter ich versteck mich mal hinter den Sandsäcken bisschen ungefähr da hinten lolololol alter was soll der Scheiß ach da oben sind auch noch welche so weg weg mit dem oh alter von dir ok ach da ach da ich sehe einen Kopf und der Kopf ist weg so waren es alle warte mal zieht es noch jemand auf mich oh ne warte ist hier keiner ok ist doch einer aber der ist uns keine Hälterung mehr aber das war doch jetzt alles oder oh ne das war nicht alles komm weg mit dem ey wir können los ja aber ich will zuerst meine mein Scharfschutzgewehr gegen die Schroffwind wieder wechseln weil ich finde die Schroffwind doch irgendwie doch geil als die Scharfschutzgewehr an der Leute hier so nochmal nachladen und sprinten und wieder stehen bleiben so ich will mal an die Seile rutschen ne tschüss die Idioten und boom so auf das Skill habe ich ja keinen Bock gehabt so wo sei der was hast du getan Walker ich hab nicht aufgepasst hey kann passieren na komm haha ja alles klar aber auch nicht so ich sehe noch Munition oder irgendetwas wow wieso wollen die alle so die Scharfschutzgewehre nehmen also wenn die Scharfschutzgewehre entscheide immer noch ich oh guck mal ich glaube mal ah wo bin ich ach genau ich glaube hier sind noch Geheiminfos ja genau das wollte ich eigentlich gar nicht sagen ich glaube ich dachte das sind die Granaten ok gut ähm gehen wir mal hier hoch bevor ich die Folge beende ich hab gesagt die mach ein bisschen länger ich mach es nicht arg viel länger weil ich muss ich höre ja was ihr treibt und da muss ich mich schon fragen wer schlägt diesen Menschen den Kopf ein mit einer Knarre noch dazu wie unnötig und unpraktisch lach nur solange du noch kannst von mir aus gau ha 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 hab mein Korkummi verschluckt ähm äh fuck Unser Hochhaus. Schaut, die müssen weg, bevor wir rüberkommen. Kein Problem. Adams, du ortest sie. Du ortest sie ab. Ach, guck mal, hier ist auch ein Scharfschützlingewehr. Warum wollen die denn dann, dass ich das andere nehme? Aber hier ist noch ein Seilrutsche und das wäre eigentlich auch relativ praktisch. Hat das denn dann einen Schalldämpfer? Ne, hat es nicht. Ach, das sind alte Nächtefiguren wieder. Ach, guck mal hier. Scheiße, durch die hintere Tür kommen noch mehr von denen! Achtung, sie bewegen sich! Ich muss ja eben ein Decken geben. MG, rechts! So, er hat nur noch zwei Tage bis zur Pensionierung. MG ist weg. APG bei der Tanzfläche! Was bei der Tanzfläche? Er hat, ähm... Ist das behindert? Vielleicht. Ich kann den eigentlich nicht. MG, schieß die Scheibe raus! Hab noch einen! Hab ihn! Okay. Alter! Hör auf der APG und gehst in der Marsch! Boah, 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 Boah! Alter! Fuck, 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 fuck! Oh ja! Scheiße! Lufi ist in meiner Fantasy Footballahr. Ok, weg. Aber wo ist denn? Da! Da, da, da! Komm weg mit dem, ey Ach komm, ich wäre so ein MG-Idiot Ja, das war's aber auch mit der Folge Ich bedanke mich fürs Zuschauen Bis zur nächsten Folge Tschüss